Okay, gut. Das werden Sie vielleicht schon wissen oder auch gleich noch merken. Ich bin von Haus aus Erziehungswissenschaftlerin und Arbeits- und Organisationspsychologin und ich werde Ihnen also viele Aspekte auch aus der organisationspsychologischen Sicht dann darstellen. Sie haben ja bei jedem anderen Webinar bisher auch schon immer Definitionen von Organisationsentwicklung gesehen. Ich möchte da einfach auch noch mal aus meiner Perspektive in Definitionen vorstellen. Eine schon ältere, aber wie ich finde immer noch griffige, ist Organisationsentwicklung als Management des geplanten Wandels. Was eben schon gesagt wurde, der Wandel passiert immer, aber wenn er geplant, intendiert ist, dann ist das vielleicht der bessere Weg. Und Becker definiert Organisationsentwicklung als die intendierte und umfassende Veränderung von Organisationen unter Nutzung organisationstheoretischen Wissens. Und dieses umfassend bedeutet, dass eben verschiedene Ebenen der Organisation, verschiedene Elemente involviert sind in solchen Prozessen. Was dahinter auch steckt, ist, dass die Organisationen sich aus sich heraus verändern können. Das heißt also, dass die Organisationsmitglieder stets beteiligt sein sollten in den Prozessen und die Prozesse werden letztlich von den Aktivitäten der Betroffenen getragen. Es gibt verwandte Begriffe, Change Management oder auch Transformationsmanagement, die ich zur Abgrenzung kurz vorstellen möchte. Change Management kommt eher aus so einer betriebswirtschaftlichen Perspektive und meint einen Beratungsansatz, also Veränderung aus der fachlichen Expertise externer BeraterInnen heraus. Und da ist dann zum Beispiel von Musterunterbrechung oder Framebreaking von außen die Rede. Und man ist sich aber eigentlich mittlerweile einig, also so eine alleinige Veränderung von außen in Organisationen funktioniert nicht. Weil man immer es mit einem sozialen Gebilde zu tun hat, also auch die Beteiligten einbeziehen muss. Und Prammer hat versucht oder hat dann ein Konzept entworfen des Transformationsmanagement, wo er versucht, diese beiden Ansätze zu verknüpfen, um vielleicht dann auch Hinweise zu geben, wie man Organisationsentwicklungsprozesse unter Beteiligung der Betroffenen auch beschleunigen kann, weil man ja nicht alles basisdemokratisch ausdifferenzieren muss, sondern eben immer schauen muss, wo macht es Sinn, dass man Handlungsspielräume der Betroffenen dann auch mit einbezieht. Manchmal wird auch gesagt, Organisationsentwicklung, das ist so eine Methode, mit der man Organisationen verändern kann. Aber da muss man doch betonen, dass Organisationsentwicklung eben keine Sozialtechnologie ist. Also es ist nicht eine Methode, wo man einen Werkzeugkasten aufmacht und dann kann man da irgendetwas verändern, sondern wir haben für diese komplexen Gebilde der Organisationen profundes Wissen über alle möglichen Aspekte, die für OE-Prozesse besonders bedeutsam sind. Also dass zum Beispiel Kommunikation transparent sein muss, dass Partizipation stattfinden muss, Teamentwicklung. Und diese Kenntnis von Organisationsentwicklung soll eben dazu beitragen, unnötige Reibungsverluste zu vermeiden und auch unbeabsichtigte Nebenwirkungen. Wir haben eben auch erprobte Methoden und Techniken. Also wir wissen ja, wie wir es machen können, dass wir transparent kommunizieren, Partizipationen ermöglichen und so weiter. Das heißt also, bei der Planung von Organisationsentwicklungsprozessen geht es stets um die organisations- und kontextspezifische Aktivierung von Wissen, Methoden und Handlungskompetenzen. Das heißt auch, man kann das Ganze dann auf Kitas übertragen. Ich habe Ihnen hier noch einmal so dieses umfassende, die umfassenden Handlungsfelder von Leitungen, Kita-Leitungen mitgebracht. Also diese verschiedenen, acht verschiedenen Felder, Aufgaben erfüllen. Das ist die pädagogische Leitung, Betriebsführung, die Personalführung, die Teamführung, die Gestaltung von Kooperationen, die Entwicklung der gesamten Organisationsstrukturen, der Abläufe, dann die Führung der eigenen Personen, Rahmenbedingungen und Trends beobachten, Strategienentwicklung entwickeln. Das sind ja alles Aufgaben der Kita-Leitung. Und das ist hier eben auch so dargestellt, dass diese Bereiche ineinander verwoben und miteinander verknüpft sind. Das heißt also, wenn ich eine pädagogische Konzeption verändere, dann bedeutet das gleichzeitig, dass ich mit dem Personal zusammenarbeiten muss, dass das Team sich verändert, dass die Strukturen sich verändern. Das heißt also, jede Änderung in einem Bereich der Organisation führt zu Veränderungen auch in anderen. Und das muss man eben aufmerksam dann auch beobachten und bedenken. Kitas sind derweil nicht im luftwehren Raum, sondern sie sind ja immer Teil des großen Systems der Kindertagesbetreuung. Es gibt ja auch die Studien über das kompetente System. Das heißt also so, das Kernsystem und darunter würde ich verstehen, Träger, Leitung, Team, Eltern, Kinder, also eine Einrichtung und ihr Träger sind eben umgeben von einer Vielzahl von Kooperationen im Sozialraum oder im System. Es gibt ein Unterstützungssystem und es gibt die Fachpolitik. Und diese verschiedenen Elemente des Systems geben manchmal den Auftrag für Veränderungen. Also wenn zum Beispiel neue Gesetzesregelungen da sind. Sie sind häufig Impulsgeber durch neue Konzepte, durch neue Ideen, durch Forschungsergebnisse und sie sind auch in der Regel Ressource, dass sie eben zum einen auch fachkompetent, zum Beispiel durch Fachberatungen zur Verfügung stellen oder auch finanzielle Ressourcen. Und wir haben vor anderthalb Jahren schon mal so einen im Rahmen des Forums Kita-Entwicklung Grundzüge der Organisationsentwicklung vorgestellt und da wurden so als Anlässe von Organisationsentwicklung eben sehr, sehr vielfältige Elemente oder Aspekte genannt. Und das waren zum einen eben interne Anlässe wie ein Leitungswechsel, aber eben auch viele externe Anlässe aus verschiedenen Teilen des Systems, also Personalmangel, das ist ja arbeitsmarktbedingt, Pandemie, die war da auch schon da und es gibt eben vielfältige, eben interne und externe Impulse oder eben auch wirklich Anforderungen, die halt einer Organisation dann oder eine Kita veranlassen können, einen OE-Prozess zu beginnen. Zu dem zweiten Teil dieses Begriffs, Organisationsentwicklung vielleicht auch noch einige Aspekte, die uns Erkenntnisse bringen können, wie OE-Prozesse in Kitas zu gestalten sind. Entwicklung ist ja immer ein aktiver Prozess. Das heißt, Individuen und auch Organisationen greifen aktiv Entwicklungsanlässe oder Entwicklungsgelegenheiten auf. Das heißt, sie müssen selbst tätig werden und innerhalb der Organisation muss dazu eine Person, also ein Individuum, die Initiative ergreifen und dann eben die entsprechenden sozialen Prozesse in der Organisation anstoßen. Dann vollzieht sich Entwicklung immer mit inneren oder äußeren Anforderungen oder Maßstäben. Also es gibt professionelle Ansprüche oder es gibt eben auch Anforderungen von außen, die die Entwicklung ein Stückchen steuern. Entwicklung ist immer geprägt vom jeweiligen Kontext. Also man hat schon seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts geht man ja nicht mehr von individualistischer Entwicklung aus. Da hat man sich da vollkommen von verabredet, verabschiedet, sondern es geht immer um Entwicklung im Kontext. Und dadurch, ja, daraus kann man dann eben auch OE-Prozesse überhaupt verstehen. Entwicklung ist auch oft verknüpft mit Entwicklungsaufgaben beziehungsweise kritischen Ereignissen, also kritischen Ereignissen wie eine Pandemie. Für manche ist auch eine Gesetzesänderung ein kritisches Ereignis, ein Systemwechsel in der Finanzierung zum Beispiel. Aber Organisationen haben ähnlich wie Individuen auch verschiedene Entwicklungsphasen. Also es gibt Organisationen in der Pionierphase, also in der Aufbaufase. Dann manche sind in Konsolidierungsphasen. Manche kommen dann in die Jahre, verkrusten ein wenig. Und auch das kann ja anders sein für Organisationsentwicklung. Und was auch ein wichtiger Aspekt ist, Entwicklung ist immer offen für verschiedene Entwicklungspfaden. Das heißt also, es werden an verschiedenen Stellen innerhalb des Entwicklungsverlaufs Entscheidungen getroffen, die die Entwicklung der Organisation dann in die eine oder andere Richtung lenken können. Und das ist dann auch nicht reversibel. Man kann ja dann auch mal einen Umweg machen. Aber die Offenheit für das Ergebnis, das ist ein sehr deutliches Merkmal auch von OE-Prozessen. Das ist also nicht ein Planungsprozess, wo man am Anfang genau weiß, was am Ende dabei herauskommt, sondern immer ein bisschen auch ein Abenteuer. Wir haben zur Orientierung verschiedene Phasen der Organisationsentwicklung. Und die meisten von Ihnen werden ja vielleicht kennen von Kurt Lewin. Diese drei Phasen auftauen, verändern, einfrieren. Daniele Ulber und ich, wir hatten dann noch eine weitere Phase vorgeschaltet. Weil wenn es einen Entwicklungsbedarf gibt, dann ist es eben wichtig, zunächst einmal die Organisation sehr gut zu kennen, also eine Bestandsaufnahme zu machen in diesen Dimensionen, wo wir ja auch entsprechende Analyseinstrumente haben, einen Ist-Soll-Vergleich vorzunehmen, wobei dann oft schon deutlich wird, man hat irgendwo eine Ahnung, man ist unzufrieden, aber wohin man eigentlich genau will, das muss man erst mal konkretisieren. Und dann gibt es eben die anderen Phasen des Auftauens, der Veränderung und des Einfrierens. Wobei in der ersten Phase, also in der Auftaufhase, ist es ganz wichtig, sicherzustellen, dass diejenigen, die in einer Organisation dann eben auch mitgehen sollen, mitgenommen werden sollen, dann auch eine entsprechende Veränderungsbereitschaft haben. Und dafür hat man dann auch wieder Instrumente wie Auftragsklärung, Umfeldanalyse, Projektplanung aus dem Projektmanagement zum Beispiel. Bei der Veränderung, da kann man eben auch zum Beispiel darauf achten, dass man nicht nur Dinge neu einführt, sondern diese auch erprobt, evaluiert, bevor man sie dann eben stabilisiert. Und auch diese letzte Phase, das Einfrieren, das soll nicht bedeuten Erstarrung, sondern dass eben neue Elemente verankert werden, dass man auch wieder eine neue Stabilität findet, zum Beispiel durch Routinen, also dass neu eingeführte Dinge nicht so etwas sind on top, sondern dass sie halt integriert werden in die Abläufe im Alltag und dass man dann auch Evaluation und Veränderungsoffenheit quasi auch so als Daueraufgabe beibehält. Wir haben verschiedene Methoden und Instrumente, die Sie auch in den Beispielen zu den Kita-OE-Prozessen wiederfinden können. Also zum einen für die Bestandsaufnahme in der ersten Phase zur Analyse von Organisationen, zur Gestaltung haben wir das Projektmanagement, aber zum Beispiel auch empirische Methoden. Das ist auch eine sehr klassische Methode, Survey, Feedback, dass man mal einen Meilenstein, an einem Meilenstein empirische Daten erhebt, das wieder zurückspiegelt an die Beteiligten und dann einfach genauer weiß, wie können wir jetzt weitergehen. Und wir haben Moderationsmethoden, damit meine ich jetzt nicht nur Gesprächsführung, sondern eben Metaplan-Techniken und Ähnliches, wo man auch mit großen Gruppen sehr ergebnisorientiert und strukturiert arbeiten kann. Und für die Stabilisierung, da ist es eben wichtig, dann bestimmte Dinge auch in den Strukturen zu verankern und Regeln und Routinen einzuführen. Und Volpert hat mal so diese Handlungsprinzipien, die dahinter stecken, bezeichnet als stabil, flexible Strukturen. Also einerseits gibt es Strukturen, die Sicherheit geben, die Routinen festlegen und auf der anderen Seite sollen das eben keine starren Strukturen sein, sondern dass die Organisation beweglich bleibt. Und Gessmann und Merkel bezeichnen das als organisationale Vitalität. Das heißt also so eine Offenheit und aber auch Stärke in der Organisation, die dann dazu führt, dass eine Organisation auch beweglich bleibt und auch veränderungsbereit und auf der anderen Seite aber auch sehr stabil und mit guter Orientierung laufen kann. Ich habe dann, und das können Sie dann in der Expertise auch nachlesen, fünf verschiedene OE-Projekte in Kitas analysiert. Das war einmal ein Projekt zu Qualitätsmanagement mit einer Befragung von Leitungskräften, die schon zweimal ein Gütesiegel halt neu bekommen hatten, die also schon langjährige Erfahrungen mit dem Qualitätsmanagement hatten. Dann war es die Implementation neuer pädagogischer Konzepte, also einmal Bildung für nachhaltige Entwicklung, Kita 21 und das andere war ein Projekt zur Gesundheitsförderung. Dann ein Projekt Kita Plus, da ging es um die Erweiterung der Öffnungszeiten für Eltern insbesondere, die eben untypische Arbeitszeiten hatten und letztlich eine Profilbildung eines Trägers. Das war also nicht eine einzelne Kita, sondern eines Trägers, der die gesamte Organisationskultur in seinem Bereich, also im Kita-Bereich, verändert hat, um eben die Beschäftigten stärker einzubeziehen, um die Expertise der Leitungen auch besser zu nutzen und Schritt für Schritt eben neue Entwicklungslinien eingeführt hat. Das heißt also, wir haben in diesen Kita-Beispielen gesehen, da gab es Konzepte, da gab es also Qualitätshandbücher, Konzepte für Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Gesundheitsförderung. Es gab in aller Regel in diesen Prozessen auch Unterstützungsstrukturen, das heißt also Fachberatungen beziehungsweise ProzessbegleiterInnen, die die Kita, das Team durch diesen Prozess geleitet haben, mit entsprechender Methodenkenntnis. Und was aber immer etwas lückenhaft war, das war die Dokumentation. Und genau danach hatten wir nämlich auch schon vor anderthalb Jahren gefragt und die Schwarmintelligenz hat dann das Ergebnis gebracht, also ganz viele haben gesagt, wie wird das dokumentiert? Gar nicht. Man merkt Veränderungen vielleicht im Kita-Alltag, dass irgendetwas Neues am schwarzen Brett steht, das Team erzählt von einem tollen Teamtag. Es gibt aber wenig strukturierte, niedergeschriebene Dokumente über OE-Prozesse, aus denen wir dann auch lernen könnten. Also welche Verwerfungen kann es zum Beispiel geben im Team oder auch in der Kommunikation mit den Eltern? Wie kann ein solches OE-Projekt den gesamten Kita-Alltag auch irritieren? Welche Nebenwirkungen kann es überhaupt geben? Welche Reibungsverluste? Da wissen wir für den Kita-Kontext bislang relativ wenig und da ist eben dann auch noch ein großer Bedarf. Dennoch hat sich gezeigt, wir können durchaus benennen, was gibt es für Gelingensbedingungen bei den OE-Prozessen in Kitas. Das ist zum einen die Veränderungsbereitschaft im Team, auch das Engagement, sich eben für ein neues Thema zu interessieren, sich darauf einzulassen, auch neue Routinen zu erproben. Dann in aller Regel die Unterstützung der Träger. Oft ging die Initiative für die OE-Prozesse dann auch vom Träger aus. Es wurden Ressourcen bereitgestellt, es wurde Unterstützung bereitgestellt. Und das findet sich auch überall in der Literatur. Also die Unterstützung durch das Top-Management ist immer eine Gelingensbedingung in OE-Prozessen. Dann hat sich gezeigt, dass gerade bei diesen angeleiteten Projekten dann auch Instrumente und auch Kompetenzen zur Organisationsanalyse zur Verfügung gestellt wurden. Also da haben die Fachberatungen oder die ProzessbegleiterInnen gemeinsam mit den Teams dann auch Organisationsanalyse vorgenommen. Sie haben halt die richtigen Fragen gestellt, haben das strukturiert und eben ergebnisorientiert aufbereitet, sodass das Team gut damit weiterarbeiten konnte. Überall war eigentlich Transparenz und Partizipation im OE-Prozess gegeben. Es gab häufig, also insbesondere bei der Implementation neuer Verfahren oder neuer Konzepte, transferorientierte Fortbildungen und Fachberatungen, also auch Fortbildungen, die noch einmal den Lernprozess in der Praxis weiter begleitet haben. Es gab ein Projektmanagement und was so von Leitungsseite häufig berichtet wurde, dass eben die Veränderungserfahrungen auch reflektiert wurden im Team und insbesondere die positiven Erfahrungen auch hervorgehoben wurden, was häufig so zwischen den Zeilen eher zu lesen war, dass eben diese Prozesse nicht immer bis ins Kleinste und genau getaktet geplant werden können. Das heißt, man braucht auch immer Geduld und eben eine gewisse Flexibilität, weil eben die Ausgestaltung ja letztlich durch alle gemeinsam mitgestaltet wird und daher das Ergebnis nicht von vornherein genau feststeht. Damit komme ich zum Schluss mit meinen drei Thesen. Es zeigt sich, dass gut geführten, also auch vitalen Kitas mit einer lernfreudigen Organisationskultur es besser gelingt, sich bei neuen Herausforderungen zu verändern. Also ich mache zurzeit auch eine Befragung von Kita-Leitungen zum Umgang in der Corona-Krise. Da zeigt sich eben genau das, dass diese flexiblen, vitalen Kitas besser durch die Krise kommen, also eben auch resilienter sind und das setzt aber hohe Leitungskompetenzen auch in den stabilen Phasen voraus, dass also Leitungen mit ihrem Team so arbeiten, dass sich alle wohlfühlen, dass das Team eine hohe Kohärenz hat, dass sie gut zusammenarbeiten, dass insgesamt die Abläufe gut gestaltet sind. Für die Organisationsentwicklung in Kitas liegen bereits professionell gestaltete Konzepte und Instrumente vor. Das ist meine zweite These, die auch für andere OE-Prozesse in den Kitas Vorbild sein können. Wobei aber immer zu bedenken ist, es gibt kaum systematische Dokumentationen, insbesondere über die Fallstricke und die Reibungsverluste, Spannungsfelder und so weiter. Und drittens, das Vorhaben zur Organisationsentwicklung können darüber hinaus auf ein breites Spektrum an theoretischem Wissen und professionellen Methoden aus dem Fachdiskurs der OE zurückgreifen, die auch für die Spezifika von Kindertageseinrichtungen adaptiert werden kann. Und da haben wir aber einen hohen Fortbildungs- und auch Entwicklungsbedarf. Das heißt also, wir haben ein profundes Wissen über OE und das können wir für die OE in Kitas noch viel mehr heben, diese Schätze. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.